Du schaffst es einfach nicht abzunehmen, dann hier eine tägliche Checklist, mit der es definitiv funktionieren wird. Zuckergetränke durch Zero-Getränke ersetzt, check. 2-3 Liter Wasser, check. Süßigkeiten ersetzt, check. Bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle dabei, check. Mehr Schritte im Alltag absolviert, check. Mindestens 7 Stunden Schlaf, check. Mindestens 30 Minuten Sport, check.